Da müssen wir sofort flüchten. Wer kommt jetzt zu essen? So Henry, schau mal Henry und Konsorten. Einmal Salat, noch einmal Salat und Paprika. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, Henry mit seiner Familie, das ist eben Überwinterung. Das Video ist für die Besitzer. Dass sie sehen, einmal wöchentlich, wie es einem Meerschweinchen geht. Überwinterung heißt, es gibt praktisch nur da eine Außenhaltung, weil da einfach die Möglichkeiten gegeben sind. Und im Winter kommen sie eben zu mir. Und im Frühling dürfen sie dann wieder nach Hause. Und damit die Besitzer aber ihre Meerschweinchen trotzdem mitverfolgen können, man kann sie jederzeit besuchen, habe ich eben diese Überwinterungen, diese Langzeitbetreuung und die Videos eben, dass man sieht, dass es ihnen gut geht und wie es ihnen geht. So, hör mal da. So, hör mal da. Ja, dann sagen wir Tschüss von der Meerschweinchenfarbe. Jetzt ist es so schwierig, dieses Schluss machen, geil. Es gibt ja mit den Meerschweinchen immer so viel zu entdecken und ich will aber keinen Moment verpassen, wo ich mir dann denke, ah, siehst du, jetzt tanz das, jetzt tanz das, jetzt tanz das. Okay, dann macht ihr Schluss. Passt. Alle weg. Ah, noch nicht wirklich, geil. Jetzt bist du wieder so lieb. Ja, dann sagen wir Tschüss von der Meerschweinchenfarbe. Jetzt wirklich. Und ein fröhliches Wiek Wiek. Всем canst. Malcan.